Was sind deine Wippe? Mann mit der Uhr, sag mir, wie spät es ist, bitte. Sie können sich keine Angst holen. Mann mit der Uhr, sag mir, wie spät es ist, bitte. 3.09. Das heißt, wir haben da Zeit, bei einer superflaschigen Nummer. Yeah! Okay, ich glaub, ich meine, es geht ja eher wieder ins Ballad-Hidee rüber. Das ist ein Ballad-Hidee. Okay. Ich glaub, das ist... ...ein vom Frühjahr in Mettland ist der Rollenwege. Ich meine, es ist ein Tonik. Von der Früh bis Abend, nur hier. Das war's. Okay. Die nächste Nummer passt nämlich... Bitte. Da geht's noch nicht genau darum, wie sich so ein Mensch um spätestens 400 Uhr spült. Die Nummer heißt, es ist ein Spremm. ... 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